Ich habe die Hölle gesehen, die in diesen Straßen gewütet hat. Ich bewege mich zwischen zwei Welten. Unsere Welt und der Hölle. Kurz in die. Willkommen in meinem Leben. Solange ich denken kann, konnte ich Dinge sehen. Dinge, die Menschen nicht sehen dürften. Dinge, die man nicht sehen sollte. In Pflicht befähige ich euch. Das ist nicht das übliche Spiel, das spüre ich. Es wird etwas geschehen. Und was wäre, wenn Gott und der Teufel einen Pakt geschlossen hätten? Über das Schicksal aller Seelen der Menschen. Ich glaube nicht an den Teufel. Aber das solltest du. Er glaubt an dich. Ich muss sehen, was du gesehen hast. Du siehst sie. Sieh sie. Du siehst sie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Glaub mir. Du willst nicht wissen, was da draußen ist. Hier ist Konstantin. John Konstantin. Oh Gott. 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 Vielen Dank.